sind wieder im dschungel aber hier hat er die dinge aktiviert ach so ich kann ja hier weil du keine quest schaffst aber son monsanto rice hast du vorher schon gespielt oder also quasi so dass vorherige eine coole methode hier unter weil ansonsten fehlt es nicht immer waffen und rüttungen ready zu haben also gemacht bis auf fünf die machen jetzt deutlich mehr schaden das stimmt aber wenn er jetzt vielleicht für die erste fest abgeschlossen hat vielleicht ist das schon ganz gut sich da einfach eine rüstung zum not machen ja man fängt quasi wieder unten an das stimmt schon machen wieder deutlich schaden selbst die kleinen bieße habe ich gerade vor allem bei den followerquests gemerkt das darf man nicht unterschätzen ich habe schon wieder einen deaktiviert ne das ist Also ist fangbar, leg mir ne Falle, dann raddi's rein. Okay. Krass, wie lange das einfach gedauert hat, bis er gesagt hat, ey, 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 ey. Ich glaub da gab's ne Update. Ja, da gab's ne Update, hab ich auch. Ja, hab ich auch. Es war durchgerattert, aber ich hab's nur gesagt. Ja, man sieht das leider nicht so gut, ey. Ja, das ist ja, sehr leicht, sehr leicht. Ja, bei Kirby sogar auch. Der muss schon sehr klein gewesen sein. Aha, krass. Das war der sehr groß. Der muss ja dann cool sein, wenn Kirby er hat. Ja. Guck mal, nur drei Minuten, ey. Ja.